also hier haben wir ein super show talent alice weidel von der afd ich bin ein super fan von ihr daher habe ich auch zwei fotos von ihr und auch ein autogramm da seht ihr schon also ich finde ihre shows allgemein mega gut total cool die kann sehr gut tanzen und singen und super performance immer interessant leider fehlt mir das geld ich wollte immer bei den shows dabei sein leider habe ich kein geld für ein ticket im moment bin ich ein bisschen knapp bei kasse aber hätte es mir gerne geleistet einmal bei den shows live dabei zu sein aber wenigstens habe ich zwei fotos oder sogar drei fotos und ein autogramm das ist schon mal etwas und irgendwann kann ich mich vielleicht auch ein ticket leisten einmal live bei den shows dabei zu sein ist wirklich interessant coole performance coole show alles sehr super ich mag alles weiter absolut gute frau